Hallo, ich bin Bruno Kramp von Das Ich und der Veranstalter vom Green Tunes Festival. Es geht um unsere Gesundheit, es geht um unsere Umwelt und es geht um eine neue Ethik für das Tier. Die Ressourcen dieser einen Welt könnte für alle Geschöpfe auf Erden ausreichen, sofern wir den ökologischen Raubbau umkehren und das endlose Wachstum und die Wirtschaftlichkeit infrage stellen. In anderen Teilen der Welt hungern Menschen dafür, dass wir ihre Anbaugebiete für unsere Tiermast benötigen. Wir hinterlassen unseren Kindern und den Kindern der ganzen Welt eine riesige Negativbilanz, die sie zu tragen haben aus ökologischen Schäden, die nur deswegen anfallen, weil wir Fleisch essen. Tiermast und Fleischkonsum verursachen den größten Anteil der schädlichen Klimagase. Mehr als Autos, Verkehr zu Luft und zu Wasser zusammen. Trotz aller gesundheitlicher Warnung steigt der Fleischkonsum täglich. Die alte Mehr von Fleisch ist gleich Lebenskraft. Fleisch ist gesund und ist wichtig und bedeutet Wohlstand, ist längst von gestern. Fleisch ist heutzutage ein billig produziertes Gut. Das Wichtigste aber, wir lieben unsere Haustiere und schicken andere in den Tod. Jeden Tag sterben in der Fleischproduktion fühlende Wesen unter unsäglichen Qualen. Und auch der Weg dorthin, ihr kurzes Leben, war ein einziges Martyrium. Unsere Gesellschaft zieht weg. Das muss sich ändern. Das muss sich ändern.